Herzlich willkommen aus dem Corona-Knast unserer Regierung, in dem wir alle seit fast einer Woche eingesperrt sind. Heute bietet die Boulevardpresse wieder einiges Interessantes zu lesen. Zum Beispiel Ansteckpartys mit Corona-Zuckerln. Und ich rate auch bitte jedem, steckt euch nicht an, denn dieses egal wie zustande gekommene Virus ist schon eine Tatsache, die man nicht wegstreiten sollte und kann tatsächlich gefährlich sein. Daher bitte keine Corona-Partys mit Corona-Zuckerln machen. Aber es geht hier um Widerstand. Und zwar gegen diese Maßnahmen, dieses verantwortungslosen Regimes. Ich muss es leider so sagen, wie es ist. Es ist keine Regierung mehr. Und bitte, bitte, nehmt an diesen Protestmaßnahmen teil. Wir hören schon viel zu lange zu, was sie uns erzählen. Wer einmal lügt, dem ja auch man nicht. Denn egal wie lange dieser Krieg auch immer dauern möge, wir möchten niemanden ausschließen. Ist das die Wörter, die wir unseren Kindern hinterlassen wollen? Niemals hätten wir geglaubt, wer ihr wirklich seid. Ihr habt unser Land verraten, ihr seid unser Pfand. Wir werden auch nie leben, mit einem Lappen im Gesicht. Unser Volk wird sich erheben und wir zerren euch vorgelegt.